Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Heute befassen wir uns mit dem Hersteller und den CBD-Produkten von Nordic Oil und möchten euch kurz unsere ehrliche Meinung zu diesem Thema vorstellen. In den letzten Jahren ist CBD für viele Menschen immer beliebter geworden, da es als natürliches Heimmittel bei vielen gesundheitlichen Problemen eingesetzt wird. Wir haben Nordic Oil CBD ausgiebig für euch getestet und ausprobiert und möchten heute unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir schauen uns zunächst an, wer eigentlich hinter Nordic Oil steckt und was das CBD-Öl von Nordic Oil so besonders macht. Danach befassen wir uns mit den Inhaltsstoffen und der Qualitätskontrolle der Produkte und zeigen, welche Stoffe in den Präparaten stecken. Auch befassen wir uns mit den zahlreichen Vorteilen von CBD auf die menschliche Gesundheit und sagen euch, wie genau das CBD-Öl von Nordic Oil schmeckt und wie es einzunehmen ist. Zum Schluss geben wir eine kleine Übersicht über alle Vor- und Nachteile. Aber bevor wir loslegen, vergesst nicht das Video zu liken, uns gerne einen Kommentar zu hinterlassen und unseren Kanal zu abonnieren, um keine unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Was ist Nordic Oil CBD? Bevor wir uns ausgiebig mit dem CBD-Ölen von Nordic Oil befassen, möchten wir euch kurz das Unternehmen vorstellen, das hinter den Präparaten steckt. Nordic Oil wurde 2018 von den Brüdern Dani Hansen und Christian Palesen gegründet, die hochwertige Premium-CBD-Produkte auf den Markt bringen wollten, um diese der breiten Masse zugänglich zu machen. Dani Hansen, der CEO und Mitbegründer von Nordic, ist selbst ein langjähriger CBD-Konsument und leitet das Unternehmen vom Hauptsitz in München aus. Christian Palesen, ebenfalls CEO und Mitbegründer, betreut von seinem Büro in den Niederlanden aus die Forschung und Produktion, die hinter allen Produkten steckt. Zusammen haben die Brüder das Unternehmen zu einer Marke aufgebaut, die rund 300.000 Kunden auf drei Kontinenten erreicht und beliefert. Das Unternehmen setzt zudem auf strenge Kontrollen bei den Inhaltsstoffen und den Qualitätskontrollen, um so eine Premium-Qualität gewährleisten zu können. Was ist das CBD-Öl von Nordic Oil? Das milde CBD-Öl von Nordic Oil eignet sich perfekt für Menschen, die für ihr Wohlbefinden einen natürlichen Ansatz bevorzugen. Die Öle enthalten in der Regel eine 10ml Mischung aus Bio-Hanfsamenöl und 1500mg Breitspektrum-CBD-Extrakt. Dank der besonders schonenden CO2-Extraktion bleiben die wertvollen Cannabinoide und Terpene der Hanfpflanze bestmöglich erhalten. Das CBD-Öl wird aus biologisch angebauten, zertifizierten Hanfpflanzen hergestellt, um höchste Qualität und Reinheit sicherzustellen. Nordic Oil ist stolz darauf, hochwertige CBD-Produkte anzubieten, die Kunden helfen können, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Welche Inhaltsstoffe es zu einem hochwertigen Produkt machen und welche Rolle die Qualitätskontrolle spielt, erläutern wir im nächsten Punkt. Inhaltsstoffe und Qualitätskontrolle Das Besondere an Nordic Oil ist, dass es nur hochwertige Inhaltsstoffe verwendet und zudem sicherstellt, dass alle Produkte durch unabhängige Labore auf ihre Qualität und Reinheit geprüft werden. Die Produkte von Nordic Oil enthalten keine künstlichen Aromen- und Farbstoffe und sind frei von Schwermetallen und Pestiziden. Zudem sind sie auch für Veganer geeignet und glutenfrei. Nordic Oil CBD enthält nur natürliche Inhaltsstoffe und wird aus biologisch angebauten Hanf hergestellt. Das Unternehmen wendet strengen Qualitätskontrollen und Testverfahren an, um sicherzustellen, dass jedes Produkt den höchsten Standards entspricht. Das Unternehmen gibt zudem Auskunft über die Herkunft des Hanfs und verfügt sogar über Zertifikate der einzelnen Qualitätstests, die es zum Download zur Verfügung stellt. Wobei kann CBD helfen? Viele Menschen greifen heutzutage zu CBD-Ölen, denn diese können nachweislich gegen bestimmte Beschwerden und Schmerzen eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um ein natürliches Heilmittel, dessen Wirkung bereits durch zahlreiche Studien bestätigt werden konnte. So konnten diese Studien zeigen, dass CBD-Öle bei der Linderung von Angstzuständen, Depressionen und chronischen Schmerzen helfen können. CBD kann zudem bei der Behandlung von Epilepsie und anderen neurologischen Erkrankungen eingesetzt werden. CBD-Öle können nachweislich bei Beschwerden, Krankheiten und Unwohlsein helfen. Kein Wunder also, dass so viele Menschen bereits zu diesen Ölen greifen und sie in ihren Alltag integrieren. Dazu ist die Anwendung auch noch spielend einfach und der Hersteller liefert sehr viele Informationen zu seinen Produkten und Ölen. Wie genau ein CBD-Öl einzunehmen und zu dosieren ist, klären wir jetzt. Dosieren und Einnahmen Die Dosierung und die Einnahme der CBD-Öle von Nordic Oil hängen von verschiedenen Faktoren wie dem Körpergewicht und der individuellen Toleranz ab. Es wird daher empfohlen zunächst mit einer niedrigen Dosis zu beginnen und diese dann langsam zu steigern, um die beste individuelle Dosis zu finden. Nordic Oil bietet auf seiner Webseite zudem eine Dosierungsanleitung, um die perfekte Balance zwischen Nutzen, Geschmack und Wirkung der CBD-Öle erzielen zu können. Die empfohlene Tagesdosis enthält zu Beginn ein Tropfen, dreimal täglich. Doch ihr fragt euch sicherlich, ob diese überhaupt schmeckt. Wir testen es für euch jetzt. Also, die Packung, die ich bestellt habe, enthielt zwei Fläschchen. Einmal mit dem 15%-CBD-Öl und einmal mit dem 5%-CBD-Öl. Also das 5%-CBD-Öl wird empfohlen, damit man dann anfängt damit und sozusagen seine Dosis rausfindet. Ich drücke immer erstmal die Pipette aus mit Luft, damit er keine Luft ist. Dann... Vom Geschmackstest würde ich das als ein sehr aromatisches Öl beschreiben. Es ist wirklich eine Öl-Konsistenz und es hat einen kräuterigen, milden, stark aromatischen und nussigen Geschmack, würde ich sagen. Es ist leicht prickelnd auf der Zunge, es hat auch einen leicht bitteren Nachgeschmack, aber der ist wirklich sehr leicht und man spürt direkt die Entspannung und die Wirkung bei der Einnahme, würde ich sagen. In Bezug auf das Mundgefühl haben wir festgestellt, dass das CBD-Öl von Nortical sehr leicht ist und nicht klebt. Es kann schnell vom Körper und der Mundschleimhaut aufgenommen werden und hinterlässt kein öliges Gefühl im Mund. Auch die Dosierung gestaltet sich als sehr einfach und unkompliziert, da das Öl mit einem Tropfer bzw. einer kleinen Pipette geliefert und somit die genaue Menge einfach abgemessen werden kann. Wir finden auch, dass es nicht zu stark riecht, was den Konsum angenehm gestaltet. Insgesamt können wir das CBD-Öl von Nordical aufgrund seines milden Geschmacks und angenehmen Mundgefühls auf jeden Fall empfehlen. Wir fassen nun für euch einmal alle Vor- und Nachteile des CBD-Öls von Nordical zusammen. Die Vorteile der CBD-Öle von Nordical liegen klar auf der Hand. Die Inhaltsstoffe bzw. Öle entsprechen einer hohen Qualität, werden regelmäßig und streng Kontrollen unterzogen, verfügen über verschiedene Konzentrationen, können Schmerzen lindern, können Stress reduzieren und können bei Depressionen helfen. Allerdings kann es unter Umständen zu gewissen Nachteilen kommen, denn die Öle sind relativ hochpreisig und die richtige Dosierung muss individuell erprobt und herausgefunden werden. Zusammenfassend können wir sagen, dass Nordical CBD ein qualitativ hochwertiges Produkt ist, das eine Reihe von Vorteilen bietet. Hier wird sichergestellt, dass es sich sowohl um reine Inhaltsstoffe handelt und die Produkte strengen Qualitätskontrollen standhalten können. Solltet ihr absolute Beginner in diesem Bereich sein und noch nie zuvor ein CBD-Öl eingenommen haben, empfehlen wir euch vor dem Kauf ausreichend euch zu informieren und eine niedrige Dosis zu wählen, um mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden. Wir hoffen, dass euch unser Video geholfen hat, eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob Nordic Oil CBD das richtige Produkt für euch ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.